So, immer noch einen Tag, FistoNature1, wir haben jetzt mittlerweile den 3.8.2011, ja, morgen ist es soweit, ich bin hier voll am Packen, wie man hier sehen kann, und, ja, das ist nur ein Bruchteil von dem, was mitkommt, ja, ich wollte mal so ein kleines Testvideo machen hier für YouTube und Facebook, egal, was auch immer, und, ja, nee, glatt, ich sag nur, tschüss. So, immer lang, so, alles. Boah, rein. Kannst du auch noch machen. Nimmst du dann schnell zu. Das ist der wichtigste. Versteckte Kamera. Kannst du auch machen? Sehr geil. Hört wieder eben ab, ich meine Daumen hochgezeigt. Guten Appetit. Möchtest du keine kaufen? So, 9,59, der Kaun dann läuft, aber wie zoome ich du jetzt an, der Scheiße. Was? Waaat. Kann ich auch so, Mann. Der Kaun wird anziehen. Ich sehe mich da an. Hallo. Jetzt drückt der andere auf. Aber ich muss sagen, drun, ne? Boah. Ich bin nicht. Was? Ich bin nicht. Sag ich, Quatsch. Er will. Er will. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. So, wir haben jetzt 5, 4 Minuten. Countdown! 9. 4. 10. Angewarfer. 2. 1. 11. Wir sind auf der Natur. Wir sind auf der Natur hier. Mit dem da und mit dem da und mit dem da und wir laufen jetzt mal Richtung EC-Automaten. Wie findest du die Nature, Mann? Ich habe sie verschickt, Mann. Ich auch. So, wir haben jetzt drei, nee, halb vier am Freitag morgens. Ja, wie man hören kann, ich kann, oder sehen kann, ich kann überhaupt ein Meter schlafen. Ja, bisschen Schlaf habe ich gefunden, eine Stunde, eineinhalb. Und ja, jetzt geht es gleich weiter. Campingplatz, Nature War, 5.8.2011. Ja, was will man mehr sagen dazu? Oh ja, hau weg die Scheide. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt im Zusammenwind schon knapp. Acht bis elf Stunden habe ich jetzt, äh, gedacht. Und ja jetzt. Oh, ne. Ja. Auf jeden Fall haben wir. So, unser Bild-Fanadiker. Voll gut schön. Genau, voll gut schön. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, also, mit der Blöcke. Und ja, also mit der Blöcke. Und ja, also mit der Blöcke. Das war's. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.